Mein Name ist Markus Farian Winninger und ich freue mich immer mit meiner Familie in einer Wohnung bei Happymark zu sein, anstatt in einem Hotelzimmer. Ganz gut finde ich an Happymark. Es spielt eigentlich keine Rolle, wohin man geht. Der Standard ist überall gleich. Es sind sehr saubere Wohnungen. Die Qualität vom Restaurant mit der Wellnesszone und alles ist überall vorhanden und auf einem Vier-Stern-Standard würde ich jetzt mal sagen. Das Animationsprogramm von Happymark finde ich absolut genial. Es ist einerseits für die Kinder genial, dass es altersgerecht Möglichkeiten gibt zum Basteln, zum Kochen, zum Backen. Also kurzum, Happymark ist sehr familienfreundlich und aus diesem Grund werden wir auch immer weiter in die Happymark-Ressource gehen und das gerne auch weiterempfehlen. Musik